Du siehst jetzt unsere Performance Monat für Monat, angefangen im Januar 2022 bis heute. Der Juni läuft aktuell noch, der Juni 2023. Wenn dich das Tool hier interessiert, das ist GetQuinn. Die Plattform haben wir auf unserer Landingpage verlinkt. Da kannst du das Ganze mal kostenlos austesten. Du unterstützt uns damit natürlich irgendwo. Wir haben schon den Premium-Status, aber nichtsdestotrotz kannst du dieses Tool dort einmal probieren. Es gibt hier neue Funktionen im Bereich der Performance, wie wir schon erwähnt haben. Wir gucken uns jetzt mal unsere einzelnen Monate an von der Kurs-Performance her. Normalerweise schauen wir ja bei uns primär auf die Dividenden. Das kommt auch im nächsten Teil wieder. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst uns ein Abo da. Klingelt die Glocke, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, euch hier langfristig mit dabei zu haben. Und wenn ihr Feedback habt, dann packt das jetzt auch schon mit in die Kommentare. Ja, kommen wir mal zu der neuen Darstellung hier im Bereich der Performance. Sehen wir hier zum Beispiel das Jahr 2022 im Balkendiagramm. Es gibt hier drei verschiedene Darstellungen. Zwei schauen wir uns hier einmal an. Einmal das Balkendiagramm. Und hier beginnen wir einfach mal Januar 2022. Die, die uns verfolgen und das Ganze ja schon länger gesehen haben. Ihr wisst, wir haben das Depot im Jahr 2022 gestartet. Wir haben die Aktien ein bisschen davor, ein bisschen danach gekauft. Also so um den Jahreswechsel auf jeden Fall. Der Januar selbst hier war definitiv schon sehr solide. 134.911,61 Euro ging es hier nach oben. Das kann sich sehen lassen. Das sahen damals 5,18 Prozent. Und in einem Monat rächtet das nun mal hoch. Zwölf Monate mit Zinseszins. Ja, das wäre eine doch schon sehr, sehr gute Rendite. Aber es gibt nicht nur gute Monate. Das mussten wir direkt im Februar feststellen. Minus 60.000 Euro. Das heißt, hier ging es 2 Prozent wieder nach unten. Es gibt nicht nur Gewinne. Und wenn ihr euch das Ganze hier mal anschaut, seht ihr, es war eigentlich so ziemlich die Waage. Wir hatten Gewinne, wir hatten Verluste. Wir hatten Verluste, Verluste, Gewinne, Gewinne. Da kommen wir gleich noch dazu. Wir werden jetzt hier auch nicht jeden Monat mal uns anschauen. Fangen wir mal hier im August vielleicht wieder an. Im August hatten wir erstmal 100.000 Euro verloren. 3 Prozent sind alles nur Buchverluste. Wir haben ja hier noch nicht wirklich viel verkauft, gehandelt. Beziehungsweise doch, wir haben davor gehandelt. Aber da kommen wir gleich noch mal kurz dazu. Auf jeden Fall 100.000 Euro Verlust im August. 226.000 Euro Verlust im September. Und das ist doch so ein bisschen der Moment. Ich meine, wir waren zu dem Zeitpunkt auch mit dem Depot erst ein paar Monate an der Börse. Klar, wir hatten auch vorher schon mal Börsenerfahrung. So ist es nicht, aber halt einen ganz anderen Maßstab, weil wir dann noch nicht auch die finanziellen Mittel zur Verfügung hatten. Aber wenn ihr hier innerhalb von zwei Monaten mal wirklich, sage ich mal, gute 300.000, was werden es sein, 310.000, 320.000 Euro abbaut. Das ist schon so der Moment, wo ihr merkt, okay, passt meine Risikotragfähigkeit, meine Liquidität generell, um auch andere Sachen noch finanzieren zu können. Sei es, ja, der Lebensstandard, sei es irgendwelche anderen Ausgaben, Eingaben. Also, ja, wir sind zum Glück auch auf dem Niveau, dass wir die Dividenden hier reinvestieren und noch nicht verkonsumieren. Das heißt, dementsprechend hat das Ganze für uns, ja, gepasst. Aber an dem Punkt merkt ihr auf jeden Fall, passt euer Depot zu euch. 300.000 Euro ging es nach unten. Das müsst ihr auch erst mal verkraften, 300.000 Euro. Wir reden da jetzt auch so ein bisschen leicht fertig drüber, weil wir auch natürlich die Kehrseite haben, die Gewinner. Da kommen wir die nächsten zwei Monate mal dazu. Aber da, ja, müsst ihr einfach auch euch ein bisschen emotional an der Nase reißen, dass ihr hiermit dabei bleibt, wenn euer Depot natürlich passt. Nicht einfach die Bremse zieht und sagt, hey, nee, Börse, das war schön, aber ist nichts für mich. Oder vielleicht sagt ihr auch, Börse war gar nichts, ist also auch nicht mal schön, keine gute Erfahrung, ist nichts für mich. Ja, Aktien auf kurzfristiger Basis zu beurteilen, ist eigentlich immer Gambling. Man kann nicht wissen, was eine Aktie heute Morgen macht. Klar, es gibt Trader und die können das mehr oder weniger auch, vielleicht manche weniger, sehr, sehr gut. Die Mehrheit nach Statistik zumindest nicht. Aber, ja, auf lange Sicht gehen wir davon aus, dass unsere Aktien auch steigen werden und dementsprechend sind wir hier auch dabei geblieben. Wir wurden auch belohnt. Das ist natürlich wieder sehr, sehr kurzfristig. Das war, ja, mehr oder weniger Glück, dass wir wieder Monate hatten, wo das Ganze sehr, sehr gut lief. Wir hatten hier im Oktober eine Performance von 214.604,65 Euro, 8,5 Prozent. Das war der beste Monat, den wir hatten im gesamten Jahr 2022. Und im November ebenfalls nochmal 173.911 Euro. 911 Porsche, ja, kennt man. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, 320.000 Euro ging es hier nach unten und zwei Monate später ging es insgesamt wieder über 400.000 Euro oder ungefähr 400.000 Euro nach oben. Also von daher haben wir die Verluste erstmal wettgemacht. Aber auch, ja, auf dem Niveau mit dem Kapital, was wir hier einfach haben, ist es halt auch einfach ein anderes Niveau. Da gehören Verluste, wie hier zum Beispiel mal, ja, 100.000 Euro vielleicht nicht, aber die 60.000 Euro hier vorne, das sind einfach mittlerweile ungefähr 2 Prozent. Und das sind einfach normale modellische Schwankungen, die man definitiv aushalten muss. Ja, Dezember, Jahresabschluss, ging nochmal ein bisschen nach unten, ist schade. Aber hier unten seht ihr nochmal die Kennzahlen. Wir hatten investiertes Kapital 2022 2,76 Millionen Euro. Die gesamte Kursperformance war negativ. Das ist aber ein bisschen verfälscht, denn wir haben ja, die, die uns schon länger folgen, die könnten mal in die Kommentare schreiben, in welchem Monat wir das gemacht haben. Aber wir haben ja unsere Aktien verkauft. Wir hatten zehn Aktien im Depot, haben die entsprechend umstrukturiert und das Ganze ja ein bisschen breiter aufgestellt, so wie wir jetzt aktuell investiert sind und da nochmal 180.000 Euro an Gewinn realisiert. Die Dividenden, die wir im Jahr 2022 bekommen haben, waren ebenfalls knapp 130.000 Euro und damit kann man dann doch schon erstmal leben. Natürlich, und das werden wir jetzt auch im nächsten Jahr 2023 hier sehen, hätten wir, und so ehrlich müssen wir auch sein, im Jahr 2022 einfach einen Nasdaq-ETF für zweieinhalb Millionen Euro gekauft, dann wären wir jetzt definitiv reicher, als wir jetzt sind, vermögender. Aber gut, ich meine, auf dem Niveau ist es so, dass wir unsere Dividenden haben. Wir haben Aktien, die relativ gut bewertet sind. Das ist natürlich alles jetzt ein bisschen auch, ja, wir versuchen es gerade ein bisschen gut zu reden. Nein, wir haben einfach die Dividenden und wir können jederzeit sagen, okay, die Dividenden reichen uns für einen gewissen Lebensstandard, der jetzt mit unserem Entsprechend schon übereinkommt oder nicht. Nee, noch nicht unbedingt. Aber wir reinvestieren die Dividenden momentan aus, wir leben ja trotzdem. Das heißt, an der Stelle würde das Ganze schon funktionieren. Und das ist einfach irgendwo Freiheit zu sagen, hey, wir könnten jetzt die Dividenden nehmen und verkonsumieren und hätten uns in dem Moment einfach auch viel Freiheit gekauft. Nichtsdestotrotz wäre die Performance im Nasdaq besser gewesen, natürlich auch mit höheren Risiken. Das mag jetzt wieder Geschmackssache sein. Aber wir lieben oder wir mögen unsere Dividenden-Strategie. Wir hämmern die jetzt nicht in Stein. Aber prinzipiell sind wir gerne gewillt, auch eine leicht negative Rendite in Kauf zu nehmen. Wir müssen den ganzen langfristig betrachten, 10, 15 Jahre. Da war der Nasdaq wahrscheinlich auch noch ein bisschen stärker als unsere Aktien. Aber da war auch unsere Rendite definitiv nicht schlecht. So, jetzt 2023. Januar 2023, 156.000 Euro ging es nach oben. Das heißt, Januar und Januar waren bis jetzt sehr, sehr gute Monate bei uns im Depot, wenn man die zumindest mal akkumuliert. Hier, wie gesagt, 5,6 Prozent ging es nach oben. Und dann hatten wir ein paar Monate, wo nicht wirklich viel passiert ist. Februar 50.000 Euro runter, März 30.000 Euro runter, April nur 50.000 Euro hoch, Mai 70.000 Euro runter. Das sind, wie gesagt, bei dem Niveau einfach, ihr guckt auf die prozentualen Zahlen. Damit vergleichen wir uns auch in der Regel mit allen Investoren. Wenn wir fragen, wie war eure Wochenperformance und so, dann ist eigentlich die relative Rendite, also sprich, die prozentuale Rendite interessant. Absolut. Ja, es gibt Leute, die haben mehr Geld als wir. Wir freuen uns für jeden. Es gibt Leute, die haben weniger Kapital schon investiert. Die sind noch auf dem Weg des Aufbaus, was total in Ordnung ist. Ich meine, jeder fängt irgendwo mal an. Und dementsprechend sind die prozentualen Zahlen eigentlich viel, viel interessanter. Der Monat Juni, der ist jetzt momentan, ja, die letzten Tage, die letzten Handelstage im Juni sind jetzt angebrochen. Die Performance aktuell 43.562 Euro, 1,53%, das heißt, ja, wieder leicht nach oben, aber irgendwo noch nicht wirklich viel gewesen. Wenn wir uns jetzt hier unten mal die Zahlen anschauen, Investiertes Kapital, 2,8 Millionen Euro Kursgewinne, 65.000 Euro Dividenden, 67.000 Euro und 67.000 Euro Dividenden in sechs Monaten. Ja, ist schon gut. Klar, da gehen natürlich noch Kosten von ab und wo, aber die Bruttodividenden hier. Ja, also alle Zahlen verschieben sich auf Brutto, ja, außer das investierte Kapital. Das ist Gott sei Dank netto. Ja, und einen leichten Verlust, den wir realisiert haben, die uns auch schon folgen, die wissen, dass wir ja auch eine Aktie mal verkauft haben, die einfach nichts mehr war. Wir haben sogar mehrere Aktien verkauft. Wir haben auch zum Beispiel, ja, beziehungsweise, wenn ihr wisst, welche Aktien wir verkauft haben, dann packt es mal in die Kommentare und lasst uns da noch ein bisschen in Ausschuss treten. Ja, vielleicht auch ein Anreiz, die anderen Videos nochmal zu schauen. Und wenn ihr es gerade nicht wisst, zwar ein Verkauf, eine Umstrukturierung, ja, packt es einfach mal rein. Ansonsten hatten wir gerade hier Balkendiagramm, Heatmap. Heatmap seht ihr prinzipiell dieselben Zahlen nochmal, einfach prozentual. Liniendiagramm gibt es noch, das ist vielleicht hier im Jahr 2022 interessant. Hier seht ihr nochmal die gesamte Rendite einfach im Jahr. Wir scrollen das Ganze hier einfach einmal durch. Und dann haben wir das Thema eigentlich auch abgehakt. Hier mit den neuen Features. Ah ja, hier vielleicht schön mal zu sehen. 12% nach oben. Ja, dann hat man die Monate gesehen, die hier nicht so gut waren. Verluste 1,8%. 1%. Hier oben wieder Gewinner. Sogar 13% hatten wir hier mal. 13,3%. Unser Hoch in 2022. Und dann hat das Ganze hier wieder ein bisschen abgeflacht. 2023 können wir uns das Ganze wieder anschauen. Und dann sieht es soweit eigentlich auch nochmal ganz gut aus. Das heißt prinzipiell, ja, können wir mit unserer Performance leben. Ist sie die beste? Nein, ist sie gut? Unser Meinung nach definitiv schon. Vor allen Dingen geht es ja irgendwann auch um das Thema Vermögensaufbau, Vermögenserhalt. Das sind zwei verschiedene Strategien. Und wir sind damit bei uns zufrieden. Ja, das war es eigentlich so viel hierzu. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz hier in den Tagesgraf. Wenn ihr die anderen Videos nicht gesehen habt, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und jetzt erst das Abo da gelassen habt und die Glocke geklingelt habt, wenn nicht, macht es bitte. Es könnte sich auf jeden Fall auch für euch lohnen. Dann haben wir aktuell das Review von den Aktien. Das heißt, wir schauen uns die einzelnen Aktien entsprechend an, die wir bei uns im Depot haben. Das haben da die meisten Aktien schon auf dem Depot, auf YouTube behandelt. Zunächst die einzelnen Aktien kommen auch einzeln. Das heißt, wir werden nicht mehr fünf Aktien zusammenpacken. Wir machen jetzt ein Video pro Aktie. Da können wir nämlich mal ein bisschen genauer drauf gucken. Denn wir haben jetzt noch spannendere Aktien dabei, die sich auch nochmal lohnen könnten. Und wenn du nicht mehr fassen willst, dann Abo, Glocke. Das letzte Mal ist an der Stelle. Und dann freuen wir dich jetzt beim nächsten Teil der Aktien wieder bei uns im Video, im Kanal, in diesem Format begrüßen zu dürfen. Und sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Wir freuen uns. Mach's gut.